ich möchte unschlagen ich will einfach nur sterben ok es ist ja ostern also es ist mittlerweile nach ostern lange nach ostern aber wir machen jetzt kleines osterspiel könnt ihr was suchen was gefunden hat kriegt nice dark marble tile creating damit image sachen aus dark age klingt so als wenn der gesamte mob davon betroffen wäre und ein paar tiere wie sagt hier ist doch hoffenweise mobs also irgendeine uv-ratte und irgendeine die dann ist die abkürzung genau Ja, ja. So. Finde den Fehler. So. Ja, weil wir gerade schon mal irgendwie sind, können wir uns ja gleich auch mal eine Eisenspitzhacke holen. Als Ausgleich für meine absolute Dummheit. Um hier erstmal eine Cola-Achse bauen zu wollen. Also eine Spitzhacke. Danke, wie viel Eisen es hier gibt, ey. Boah. Weißt du, gerade eben habe ich noch gesagt, ja, wir müssen aufpassen, weil wir wollen uns hier auch noch eine Rüstung bauen. Und die braucht halt auch ein bisschen Material. Ja, und jetzt hier einfach das Spiel. Ja, weißt du was, wenn du Material brauchst, hier komm. Kippe. Ja, komm mal hoch. Ja, komm. Danke. Schön wieder aufbauen. Könnt nicht uns. Also, am besten, äh, dass keiner merken, dass wir hier, äh, dass wir je hier waren. Äh, hier noch was? Nein. Wow. Wow. Nur nicht so tief fallen. Digga, die ganze Höhle hier ist schön ausgeleuchtet, aber nicht so abgebaut. Wer hat das ausgeleuchtet und warum? Ich hoffe so sehr, dass wir gleich, äh, dass wir keine, äh, keine, keine Monster kommen. Weil ich sag mal so, also ein Dungeon Master wäre jetzt definitiv das Letzte, was ich gebrauchen würde, bei dem Inventar. Ja. 3, äh, 36. Oh, 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 okay, dann langsam. Na, Mensch, aber eben, die haben wir schon. Wir können uns quasi jetzt schon eine Rüstung bauen. Ha, easy. La, la, la. Ach ja, geht dahin nicht. Geht ja erst ab dem MyTest Version 5, dass man einfach mit Rechtklick gedrückt halten kann und dann so mal langmalen kann, und dann die Sachen entsprechend ausfüllen, so wie man es ja auch von Minecraft kennt. Dieses Feature gibt es hier auch, aber halt erst ab MyTest Version, ähm, 5. Gibt es hier Schilder? Jawoll, jetzt gibt es auch ein Schild. Das ist natürlich ultra nice. So, jetzt klatschen wir einfach mal alles rein und schon haben wir eine brauchbare Rüstung. Geht doch. Ähm, ja, wie gesagt, der ganze Zinn lasse ich einfach komplett alles hier, weil, äh, bevor wir hier nicht Kupfer haben, bringt uns Zinn sowieso gar nichts. Vor allem, vor allem, man braucht auch kaum Zinn. Das Verhältnis ist normalerweise 8 zu 1, also 8 mal Kupfer und einmal Zinn. Ich kann nochmal gucken, ob die hier eine andere Struktur haben. Hä? Ach, ja, nicht Kupfer, Bronze. Das da. Ach, ja doch, ja doch, wir haben eine andere Struktur. Dreimal, na gut, trotzdem. Wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Kupfer als, äh, Zinn, und da wir hier nur Zinn finden, bringt uns das Ganze überhaupt nichts. Alter, je tiefer wir kommen, desto mehr Angst bekomme ich hier vor Monstern. Ah, ja. Ich hatte doch den Nebel schon ausgeschalten. Wieso war der denn jetzt schon wieder aktiv? Ja, ich weiß, ich könnte das hier hinten auch noch über Fackeln anbringen und gucken, ob da auch noch Eisen ist, aber... Kupfer! Ja, aber ganz ehrlich, wir gucken erstmal, was er hier alles ausgeleuchtet hat. Vielleicht merken wir so auch, was derjenige hier ausgeleuchtet hat. Vielleicht finden wir quasi das Geheimnis, auf welche Suche er sich begeben hat. Oh, endlich haben wir Kupfer! Geil! Okay, dann können wir jetzt also auch anfangen, äh, Zinn abzubauen. Das hier zum Beispiel. Weil, wie gesagt, wenn man Kupfer hat, macht Sinn auch Sinn. Sinn, oh, Sinn, oh... Der, egal, Zufall? Ich glaub' ja eh nicht. Und hier so viel Material... Oh, Gott. Alter. Also, ich glaub' mal echt die an den Mapchen hier ein bisschen angepasst. Obwohl, wir sind ja mittlerweile ein bisschen, äh, in die Tiefe vorgedrungen. Von daher kann es auch normal sein, dass hier so viel Material ist. Weil, eben, war ja auch relativ nah an der Oberfläche auch schon häufig, äh, Sachen. Okay, unsere Spitzhacke ist auch wieder bald weg. So, wieviel Kupfer haben wir jetzt? Wir haben... ...ölf Kupfer. Das heißt also, wir brauchen... ...noch einmal Kupfer. Ansonsten haben wir sowieso eine ungerade Zahl. Na gut, die Suche geht eh noch weiter. Von daher. Ah, siehste, hinten ist auch wieder Kupfer. Dann haben wir ja alles. Ist ja auch Kupfer. Und Spitzhacke ist kaputt. Okay. Dann machen wir's, was mir ganz modern... Äh, nein. So, 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 so... Hä? Ach ja, wir haben's ja gerade Touristen gebaut. Ach. Na gut. Werden die nächsten Spitz... ...äh, die nächsten Äxte dann, ähm... ...ja. Wieder auf Stein sein. So, das hier hätten wir auch. Kann man irgendwo diese scheiß Wasser hier wegnehmen? Im Ende ist ja schön. So siehst du ja gar nichts. Aber ein Vorteil in... Äh, was... Äh, hä? Hä? Ein Vorteil hat Wasser in Höhlen auf jeden Fall. Wenn man Wasser über sich hat. Dann weiß man eins, man kommt aus einer Höhle immer raus. Weil Wasser kann man halt immer hoch schwimmen. Von daher muss man sich da keine Sorgen machen, äh, irgendwie aus einer Höhle wieder rauszukommen. Andererseits muss man natürlich auffassen, wenn's jetzt wirklich sehr steil runter geht, dass man da rauskommt, ohne zu... Äh, ohne dabei zu ersticken. Aber... Solche Rekonstellation hat man nur extrem selten. Von daher hat man mit Wasser in Höhlen meistens eher Vorteile. Auch natürlich, es ist jetzt, dass hier drunter was ist, was man abbauen möchte. Und man dann die ganze Zeit im Wasser steht. Und dann Gefahr läuft, praktisch beim Abbauen zu ersticken. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich wiederum blöd. Aber gut. Ja, ich finde wir auch ordentlich Kupfer. Ist doch geil. Siehst du, jetzt macht der ganze Zinn auch Sinn. Ich feiere diese Wortähnlichkeit so. Ähm, ja. Vor allem hoffenweise Kohle. Also das, was... Das, wofür wir hergekommen sind, haben wir hier auf jeden Fall gefunden. Und ich bin auch echt froh, dass wir das vielleicht alles am Essen mitgenommen haben. Aber gut, okay. Ich meine... 99 Millionen hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das war völlig übertrieben. Was ist das hier? Ist das Silber? Lied lang. Äh, was auch immer Lied Lied ist. Lied auch mit leider gerade nichts. Ja, ich bin kein Englisch-Profi. Was muss man dazu sagen? Na gut. Nehmen wir einfach mal mit. Kann er nicht haben. Wenn er sich doch als radioaktives Material herausstellen sollte... Haben wir halt Arschkarte. Was ist das dann? Denk halt, wie viele Materialien... Äh, halt, wie viele Mineralien die sind. Aber hier ist auch Ende. Ja, hier ist auch Ende. Ja, hier ist auch Ende. Okay, gut. Na, das heißt also, den Bereich hier... Den lernen wir noch richtig schön einmal kräftig durch. Und dann war es doch erstmal. Ja, dann lassen wir die Höhle erstmal in Ruhe. Wir können ja später immer noch wiederkommen. Wenn uns wirklich die mal hinten mit... Die, äh, Rohstoffe ausgehen sollten. Irgendwann können wir nochmal runterkommen. Silber hier noch ausleuchten. Und ich wette mit euch, die ganzen Seiten hier alle komplett schwarz sind. Das wird noch richtig funny. Also so eine Höhlenstruktur habe ich bisher echt selten gefunden. Und ich glaube auch ganz ehrlich, die haben hier ihren Webgen angepasst. Weil ich bin häufig Höhlen erkunden. Also wenn ich jetzt hier Singleplayer-Spiele mache. Weil Höhlen erkunden macht halt saumäßig Spaß. Aber so viele Ressourcen so nah an der Oberfläche, das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Kann natürlich sein, dass sie einfach einen super guten Seed erfischt haben. Ja. Möchte ich jetzt nichts gegen sagen. Aber so rein objektiv gesehen, äh, wenn man das so mit anderen vergleicht, dann... Sieht das tatsächlich schon so aus, dass wenn die hier, äh, die Häufigkeit von den Mineralien etwas erhöht haben. Was vielleicht für eine Multiplayer-Karte auch gar nicht mal so schlimm ist, weil eben, ich meine... Jetzt sollen ja mehrere Spieler von satt werden. Was mir grad einfällt, weswegen es vielleicht gar nicht so geflug ist, hier alles rauszunehmen. Er hört ja auch nie, der denkt nur an sich. Baut gerade alles ab und keine anderen Spieler haben mehr im Mineralien. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einmal nur? Scheiße. Scheiße. Ah ja, circa. Nein, nicht jetzt brechen. Nicht, nicht jetzt brechen. Kacke. Ich nutze meine Spitzhacke aufheben. Das Problem ist nämlich, man kann Mäse nur mit Eisen abbauen. Also mit Eisen oder besser. Also wir werden uns jetzt erstmal, äh, auf Steinspitzhacke konzentrieren. Und jetzt auch wieder Mäse. Oh mein Gott. War das jetzt mal? Ja. Na gut, wir haben dreimal Mäse. Das heißt also, wir können uns... Halleluja. Halleluja. oder aber ich weiß nicht wird dass wir vielleicht ein bisschen ratsamer es wäre wahrscheinlich wirklich eher ratsam hat sich mal lieber eine starke waffe zu holen als hier alles für werkzeuge auszugehen ok komm wir machen dass wir für werkzeuge aber ich schicke mir die dann tatsächlich auf wenn wir irgendwie diamanten oder sowas abbauen also für wertvolle sachen weil wir haben erst mal nur drei mese ich wüsste gerne was das hier ist marble okay ich wusste gar nicht dass es hier zeitschriften gibt marble ist natürlich auch gott jetzt auf deutsch na hier das was so glänzt dieses komische ich weiß schon was ich meine marmor doch marmor marmor genau marmor heißt das auf deutsch ich wollte hoch springen gut einmal außen rum ich meine ich wüsste jetzt zwar nicht was wir uns selber so aus marmor bauen könnten von daher kann ich dann mal ganz kurz in den dicken hier rein gucken ach ja tisch platz natürlich man kann sich einen schrank aus sachen zusammenbauen die man gar nicht kräften kann ja das ist das was ich meinte mit diesen vielen mods wenn man sehr viele mods trainer hat kann so durchaus sein dass da ein paar unsinnige sachen mit mit dabei rumkommen und das scheint dann wohl eine von diesen sachen zu sein also halt bevor wir hier massenweise zinn abbauen wir haben 33 kupfer das heißt also wir haben gebrochen 11 mal zinn also noch dreimal runtergefallen bitte da ruf da ruf da ruf aber ich bin froh wie es ja aussieht gibt es ja echt keine bösen monster weil so viele dunkle ecken wie hier überall sind hätte schon längst eins kommen müssen wenn es hier denn gibt es aber dadurch dass es keins oder dadurch dass keins gekommen ist gehe ich mal tatsächlich davon aus dass es hier in dieser map nur freundliche monster gibt es das ist natürlich für meinen für meinen puls sehr angenehm wenn auch gleichzeitig dass das gesamte spiel ein bisschen langweiliger macht aber gut das ist ja sowieso erst mal nur so nebenbei let's play wo die frage ist wie lange das wir das überhaupt machen also als let's play ich meine ich persönlich gewartet natürlich auf dem server hier erst mal vorbeischauen klar aber jetzt wird so direkt als let's play angesetzt dafür mache ich jetzt erstmal wie gesagt eine eine aufnahmesession heißt also fünf folgen und dann mal gucken so sagen wir 38 knackt schon wieder so und kaputt ok also brauchen wir noch eine holz haben wir zum glück dieser mitgenommen oh einfach pro holz mitgenommen wir sollten mal wieder was essen hier so easy ich würde gerne noch einmal kupfer haben da war nämlich 39 das passt denn aber 38 ist nur ungerade also quatschlich ungerade aber eine nicht durch drei teilbare zahlung ist noch kupfer und dann brauchen wir scheiße und dann brauchen wir natürlich auch noch entsprechend zinn einmal hoch hier und dann brauchen wir auch gleich noch dazu ok so sagen wir 40 kupfer das geht doch das ist auch schon wieder eine zahl die man nicht durch drei zahlen kann aber ganz ehrlich da oben was ist diese hellblaue zeich gerade gibt es wieder so viele mineralien so erstmal gucken wir haben lied wir haben zinn und wir haben silva und das war silva ok ist das silva ist ja auch relativ stark oder leider gibt es hier kein menü wo man gucken kann welches material wie gut ist das ist natürlich das wäre natürlich ultra geil wenn man immer so ein guide hätte mit information wobei wobei hier ist ja so ihr ist äh ne hier steht nur level 1 level 1 also klar ist alles level 1 wenn wir uns erst mal craften ja es gibt silva aber wie gesagt die frage ist halt wie stabil wie stark ist das so viele probleme keine eigentlich keine lösung ok wir gehen mal langsam zurück sagte er braucht noch drei stunden ja zwar hier ist kupfer und ich will jetzt irgendwie noch zwei kupfer zusammenbekommen damit er wieder auf eine durch zwei durch dreiteilbare zahl rauskommt hier das andere wird auch traurig ok gut jetzt aber genau 3 3 3 3 3 3 3 3 4 42 genau heißt also 3 oh mein gott wie schlecht wird ich berechnen geworden 14 oder 14 doch 42 durch 3 müsste 14 sein doch däger alter als ich jetzt keimtete dass ich eine einzelne matte habe wenn das gerade mal mathelehrer gesehen hätte der hat sich am kopf gefasst der hätte meine klassenarbeit zurückverlangt und aus der 1 zu 6 gemacht 42 durch 3 zu teilen brauchst du mehr als eine sekunde schimm dich jünger schimm dich ab zurück im kindergarten mit dir da habe ich wohl mein werkzeug zurück zu schnell zurückgezogen ok also wir brauchen 14 wir haben 13 ein pro mal du noch ach du scheiße doch 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 man alter da freut sich immer wenn wir wende eine durchdrehbare zahl durch drei teilbare zahl findest und dafür dass du wieder ausgerechnet zwei und denkst du ja es war geil kann sich schon abbauen aber dann hast du wieder zwei die ungenutzt bleiben habe ich überblick verloren klar war jetzt nur 50 okay das ist eine zahl die ist tatsächlich durch drei teil war von daher wird hat ich nicht glück gehabt das heißt also wir brauchen jetzt 17 mal 10 hatte da würde ich mal das play aufnehmen bin das zeit hier nur noch am rechnen doch scheiße und ab und zu viel werkzeug wegnehmen so wir haben 15 zwei brauchen wir noch ich habe es was im augen zu haben ist so bullshit er war jetzt doch aber die haben wir nicht jetzt aber okay nein ich gucke erstmal ob jetzt drei sind ja es sind drei okay dann können wir es machen dann ist dann steht dem nichts im weg die kaffirmen über 100 eisen wollt ihr mich denn tja das haben wir echt hier also angesetzt worden sind folgende jetzt sind wir hier alle drei von fünf folgen hier nur am sachen abbauen so war es jetzt eigentlich nicht geplant tatsächlich ich wollte eigentlich eher schönes ausbauen von daher würde ich jetzt mal sagen wir haben scheiße wir haben wir haben erstmal genug material ich gehe jetzt einfach direkt wieder in die oberfläche kann ganz ehrlich das reicht erst mal muss ja nicht übertreiben doch muss man auch mal wochen sind wir so viele mineralien oh alter ich hasse es nicht mehr mineralien wuder zu sein scheiß krong sind drohen da ist auch schon wieder kupfer waren wir hier nicht bereit wieso habe ich denn hier nicht hier nichts abgebaut jetzt fällt es mir gerade auf das ist eine magische höhle der der hier alles ausgelöchelt hat der hat zum beispiel auch schon alles abgebaut aber es kam wieder ich habe meine frage waren sie wirklich schon geht jetzt gerade einen falschen weg lang warum geht es hier runter ich dachte wir kamen von oben dann müssen wir jetzt eigentlich nur nach oben oder nicht warum geht es hier runter ich glaube wir sind hier falsch kann das sein ach man ich will nicht kupfer lasse ich jetzt da sind auch ok es geht schon nach oben das ist schön da habe ich mir wohl jetzt gerade umsonst in der unterwäsche gepinktelt aber weißt du was hier kommen die lecken machen wir noch schnell hier die kacke alle hä da gibt es hier gibt es überall kupfer alter wir waren hier noch definitiv noch nie das heißt zwei sachen erstens mal müssen wir hier alles abbauen weil es ist da und zweitens haben wir uns damit verlaufen und da möchte ich die frage in raum ob wir jemals wieder rauskommen ja curry es muss jetzt schnell gehen ihr sagt ich habe nicht vor jetzt hier von den aufnahmen die wir ja ich sagte wir sind hier falsch hier kamen wir nie im leben lang aber das schöne ist dass da unten ist der auswäsche fern war das heißt also wir sind zwar im kreis gelaufen aber wir sind wieder an einem ausgangspunkt wo wir sagen können es war nicht alles komplett umsonst wisst ihr was ich bau jetzt hier noch mal alles ab also hier an der stelle und dann die wir sind doch nicht da wo ich gerade gedacht habe dass wir da sind wieder ganz woanders da wo wir gerade zum ersten mal dieses marvel gesehen hatten da da dachte ich gerade dass sie da sind aber das hat sie getäuscht gut wir machen was anders ich baue jetzt hier noch mal alles ab und dann teleportieren wir einfach nach hause weil das dauert mir jetzt hier echt ein bisschen zu lange wir haben schon wir haben wir werden jetzt mindestens drei aufnahmen in der höhle verbracht ich sag's jetzt ist das voll dieses gronk-syndrom oh ich mach mal kurz was 300 folgen später aber eigentlich also das war alles gut gemeint so wir haben 72 mal alle eisen das heißt also wir brauchen 36 falsch wir brauchen 24 davon wir brauchen also noch fünf stück davon sobald ich zusammen habe ja ich weiß dass da gerade kupfer war aber ich lasse es einfach liegen sobald wir das zusammen haben teleportiere ich mich nach hause mein einziges was ich auf dem weg noch abbaue ist eisen ist es diamant das war kein sinn das sieht aus wie diamant oder 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 dieses komische crystal weil diamant sieht ja eigentlich anders aus also klar zink 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 kohle zink kohle war doch oh man hat immer wieder neue stoffe hier also ist ja tatsächlich echt nice ok wir haben endlich mal das gefunden was wir eigentlich gerade gesucht haben das war zink kohle war das war zink kohle war das war auch viel zu hell dafür so so oh noch zweimal zink kohle war das was so klingt krass ähm, was ist das? ich korrigiere, ich will aber nicht wissen, was es ist es klingt nur ultra beängstigend, ich dachte gerade, es ist ein Monster irgendwie, oh scheiße okay, gut, wir haben es wird jetzt alles egal Feierabendende aus Finito Alter, da kriegst du ja eine Krise okay, jetzt können wir jetzt mal hier weitermachen haben sich jetzt mittlerweile unsere Bäume mal gepflanzt ja, sehr schön, gut dann zuallererst Eisen in die Ofen zusammen mit die Kohle und dann warten wir, bis wir drei Eisen haben und dann werden wir zuallererst mal eine Axt bauen damit wir dann hier die beiden Bäume abfällen können und uns mal direkt mit dem Haus weitermachen können so okay äh, nein, da nein, nein, da so warum fallen die Äpfel immer schon ab? jetzt setzt du dich mal nicht hier auf mein das wächst hier nicht scheiße, wieso wächst das heute nicht na gut, wir haben ja nur unsere Melonen okay gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir haben wir jetzt, das war eine ganze Menge davon Holz wir brauchen, wir, also ich wollte jetzt mit zwei Etagen hier, also noch eine Etage drauf haben das heißt also, wir brauchen äh, 24 Holz wir haben 22 Holz, also zu wenig fuck okay, dann machen wir das ein bisschen anders, solange wie die Bäume wachsen die wachsen, die wachsen gar nicht, ich bin gar nicht gepflanzt die gehen auch gar nicht, ach so, wir nehmen ach komm, leck mal den Arsch ne komm, lass ich da die störe nicht weiter wir nehmen jetzt hier unsere, unsere Saplinge und pflanze jetzt hier nochmal unsere Saplinge und pflanze hier nochmal ein paar neue Bäume äh, da, 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 da ja, unser Beet wächst auch nicht was da schon wieder abgeht, ich hab keine Ahnung es wird doch schon wieder dunkel also mit den Bäumen erwachsen, war es das dann auch wieder okay wir brauchen Erde, wir haben keine Erde wir haben, wie sagen wir, keine Erde hier müssen wir unsere Kisten die sind hier ja so, wir müssen uns jetzt nämlich hier rauf baggern ach man ey weg, 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 weg danke so, wir müssen uns nämlich hier rauf baggern äh, bedienen wir uns mal am besten so hier easy also, und das müssen wir hier weiter und zwar möchte ich jetzt als Zwischenboden hier mal ein bisschen variieren damit nicht immer die Bautechnik die gleiche ist kommt jetzt hier Stein rein als Zwischendecke praktisch die Pfeiler, die bleiben praktisch als tragende Einheit also die, die gehen nach wie vor durch, weg bis nach oben aber die Decke hier, die besteht tatsächlich aus Scheiße aus Stein aus Scheißstein quasi ja, es gibt gerade den normalen Stein, Bruchstein und Scheißstein Scheißstein stammt meistens aus Scheißstein, äh äh, äh, Steinbrüchen Gott, Alter so Stefan 17, warum haben alle so eine komische Rüstung an und ich krakele hier mit meiner kack komischen, äh, Steinrüstung hier rum ist nicht gerade unfair äh, nicht gerade unfair nicht gerade fair so, okay dann gucken wir mal ganz kurz Bäume sind noch nicht gewachsen schade eigentlich und wir brauchen definitiv mehr Holz wir brauchen ja pro Seite sechs Stück alleine äh, 1, 2, 3, na komm 4, komm mach, 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 deine Mutter deine, äh, Anna Schwester Scheiße fuck off okay, aber das heißt also, äh die Blätter hier geben auf den Sack alles ab hier das muss alles ab Sonderschlussverkauf alles im Drittelpreis nur solange der Vorrat nicht reicht was macht der an meinen Kisten Junge, ich hör dich öl die Kisten mal, bevor du rangehst dann fällt es doch nicht auf ach, leck mich ja, ist Baumausnahme darf hässlich sein okay ähm ja, was wir jetzt brauchen ist ich, äh zweckentfremde jetzt mal das hier quasi damit wir hier irgendwo dann gleich noch einen Aufstieg haben das ist voll genial Digga das habe ich voll entwickelt als ich an der, ähm ja, Uni war ne kommt jetzt hier so drauf und dann kann man hier bam bam ja und ich kann hier direkt weiter hochklettern ne, kann ich nicht weil ich bin weil ich dumm bin ne, doch kann ich genau, bis hier geht das denn und dann kann ich mich hier dann gleich hier raufklettern tadaa und hier kommt dann später wenn ich dann die Treffer nicht mehr brauche kann ich dann hier meine Holzbretter dann auch hinpacken ist ja scheißegal aber jetzt erstmal eins zwei dicke ernsthaft leck mich das dauert mir echt zu lange mache ich es doch ein bisschen anders hallo 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 ist das Schauertau oder bin ich da wir haben wir haben kein Holz mehr wir haben gar kein Holz mehr das ist natürlich tragisch können wir jetzt ja nicht mal ein paar Bäume wachsen Alter, das ist halt schon wieder los oh Gott aber hier rein nein wir haben es natürlich zugekragen Alter oh Gott kommen wir hier hoch? auch nicht so okay ich werde mal feiern für die Folge Schaus aus raus Schauertau